Hallo und willkommen zu meinem neuen Video, in dem es um das Thema Zusatzstoffe geht. Wenn du dich rein pflanzlich und möglichst gesund und vollwertig und nahrhaft ernähren willst, schaust du dir Lebensmittelverpackung bestimmt ganz genau an. Und dabei ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass vor allem auf der Rückseite von industriell verarbeiteten Produkten oft Zutaten in Form von kryptischen E-Nummern aufgelistet sind. Und genau um die soll es in diesem Video gehen. Die Zusatzstoffe in Lebensmitteln, die durch E-Nummern gekennzeichnet werden, sind nicht alle pauschal schlecht und zu meiden und manchmal stecken nur ganz harmlose Substanzen dahinter. Einige E-Nummern kennzeichnen eben aber auch unerwünschte Zusatzstoffe in Lebensmitteln, wie zum Beispiel Stoffe tierischen Ursprungs. Und ja, ein paar der häufigsten nicht-veganen Zusatzstoffe stelle ich dir im Folgenden vor. Kurz ein paar Worte dazu, was es mit E-Nummern überhaupt auf sich hat. Und zwar kennzeichnen E-Nummern Lebensmittelzusatzstoffe, die in der EU zugelassen sind. Das E steht dabei für Europa. Und offiziell bekommen sie die Zulassung nur dann, wenn der Stoff für die Produktion und Herstellung erstens unverzichtbar ist, zweitens sicher ist und drittens die Verbraucher nicht in die Irre führt. Es gibt aktuell über 330 zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe bzw. E-Nummern, die unter anderem für die Lebensmittelproduktion nötig sind oder zum Beispiel Transport- und Lagerbedingungen vereinfachen. Andere Zusatzstoffe verlängern die Haltbarkeit von Produkten oder vereinheitlichen ihre Qualität, zum Beispiel damit ein Kuchen aus einer Backmischung auch immer wie versprochen aufgeht oder dass die Schlagcreme immer die gewünschte Konsistenz hat und so weiter und so fort. Die zugelassenen Zusatzstoffe in Lebensmitteln werden dann je nach Verwendungszweck verschiedenen Klassen zugeordnet. Ich habe zu dem Thema auch einen ganz ausführlichen Blogpost geschrieben, den du auf meiner Webseite findest. Da habe ich unter anderem die verschiedenen Klassen im Detail aufgelistet und so weiter. Das mache ich hier aus Zeitgründen nicht. Den Link zum Artikel findest du unterhalb in der Videobeschreibung. Wenn du dich vegan ernährst, solltest du insbesondere nach den E-Nummern Ausschau halten bzw. sie meiden, hinter denen tierische Inhaltsstoffe stecken. Zum Beispiel sind Geliermittel oder auch Farbstoffe eben oftmals tierischen Ursprungs. Ich nenne dir jetzt ein paar Klassiker, die häufiger vorkommen, aber die Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wenn du es ganz genau wissen willst, schau unbedingt in meinen Blogpost vorbei, wo ich ein paar weitere potenziell nicht-vegane Zusatzstoffe vorstelle. Und jetzt folgen erstmal die häufigsten nicht-veganen E-Nummern, die du am besten meiden solltest. Hinter E120 verbirgt sich echtes Kamin, das aus weiblichen Schildläusen gewonnen und als roter Farbstoff eingesetzt wird. Hinter E441 steckt Gelatine, die aus dem Bindegewebe verschiedener Tierarten, vor allem Schweinen und Rindern gewonnen wird und unter anderem in Süßspeisen wie Gummibärchen oder auch Tortengüssen vorkommt. E631 ist Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-Natrium-Iso-N aus Fleisch oder Fisch gewonnen wird und als Geschmacksverstärker eingesetzt wird. Hinter E901 verbirgt sich Bienenwachs, das aus Bienenwaben gewonnen wird und als Trennmittel und Überzugsmittel eingesetzt wird. E904 ist Shellac, der aus den zähflüssigen Ausscheidungen der weiblichen Gummilackschildläuse gewonnen und als Trenn- und Überzugsmittel eingesetzt wird. Hinter E913 steckt das Wollwachs, das aus den Schweißdrüsen von Schafen gewonnen wird und häufig in Kosmetika und Cremes Anwendung findet. E966 ist Laktit, ein Süßungsmittel, das aus Milchzucker hergestellt wird. Und hinter E1105 verbirgt sich das Lysozym, das in der Regel aus dem Eikler von Hühnern gewonnen und zur Konservierung sowie zur Verbesserung des Geschmacks von Lebensmitteln eingesetzt wird. So, das waren jetzt ein paar E-Nummern, hinter denen sich ganz eindeutig tierische Inhaltsstoffe verbergen und die du meiden solltest. Es gibt aber auch Zusatzstoffe, wo es nicht so ganz eindeutig ist, zum Beispiel solche, für deren Herstellung Fettsäuren notwendig sind. Und diese Fettsäuren können eben pflanzlichen Ursprungs sein, aber eben auch tierischen Ursprungs, zum Beispiel aus Schweineschmalz, Rindertalg oder Milchfett bestehen. Eine genaue Auflistung dieser E-Nummern findest du in meinem bereits erwähnten und unten verlinkten Blogpost. Außerdem gehe ich in diesem Artikel auch die Frage ein, wie sicher Zusatzstoffe in Lebensmitteln und auch Kosmetika sind und nenne einige E-Nummern, die in der Diskussion stehen, eben nicht komplett unbedenklich zu sein. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Tipps mitgeben, wie du es schaffst, unerwünschte Zusätze in Lebensmitteln ja möglichst zu meiden. Das ist nämlich gar nicht so schwer wie gedacht. Und da ist mein Tipp Nummer eins, überwiegend vollwertig zu essen. Das heißt, selbst zu kochen und deine Gerichte möglichst aus unverarbeiteten Lebensmitteln zuzubereiten. Und wenn du den Anteil an industriell verarbeiteten Produkten in deiner Ernährung gering hältst, vermeidest du eben automatisch einen Großteil an unnötigen Zusatzstoffen. Denn vieles, was eben abgepackt im Supermarkt Zusatzstoffe enthält, kannst du zu Hause ganz einfach selbst machen. Beispielsweise Brotaufstriche, Milchalternativen und und und. Tipp Nummer zwei ist bevorzugt zu Bioprodukten zu greifen, vor allem wenn es um abgepackte Produkte geht. Denn hier sind deutlich weniger Zusatzstoffe zugelassen bzw. erlaubt und demnach logischerweise enthalten. Mein Tipp Nummer drei ist Zutatenlisten genau zu lesen und nach Zusatzstoffen zu scannen. Insbesondere denen, die du kennst, die du meiden möchtest. Und wenn du dir nicht alles merken möchtest oder kannst, kannst du einfach eine E-Nummern-App verwenden, die dir anzeigt, was sich hinter den jeweiligen E-Nummern verbirgt. Oder auch eben die App Codecheck nutzen, mit der du den Barcode eines Produkts scannen kannst und dir dann einfach auf einen Blick anschauen kannst, was drin steckt, welche Inhaltsstoffe bedenklich sind, welche tierischen Ursprungs sind und so weiter. Und mein letzter Tipp ist, nach dem gelben Vegan-Label der EU Ausschau zu halten. Denn bei Produkten, auf denen dieses gelbe Vegan-Nicht-Vegetarisch-Label, das ist leicht zu verwechseln, der Europäischen Union abgebildet ist, kannst du dir sicher sein, dass sie keine Zusatzstoffe tierischen Ursprungs enthalten. Das ist natürlich eine schöne Erleichterung, weil du das dann auf einen Blick siehst und dann nicht nochmal extra mit einer App scannen oder irgendwas recherchieren musst. Aber wichtig zu wissen ist, dass das Vegan-Label für die Hersteller kostenpflichtig ist. Und natürlich kann sich nicht jedes kleine Unternehmen so ein Label leisten oder die Zertifizierung. Deswegen ist es eben auch oft nicht auf Produkten zu finden, die aber eben eigentlich vegan sind. So, das waren meine Tipps. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen und zu etwas mehr Klarheit über das Thema E-Nummern und Zusatzstoffe und so weiter beigetragen. Wenn du noch mehr Details willst, schau auf jeden Fall in meinen unten verlinkten Beitrag zum Thema. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat, über deinen Kommentar und natürlich auch dein Kanal-Abo, falls noch nicht geschehen. Und ja, ich danke dir fürs Zuschauen und sehe dich dann hoffentlich im nächsten Video.